So, liebe Leute, weiter geht's heute in der Liga mit dem Duell mit Hertha-BC-Berlin. Da wollen wir natürlich den nächsten Schritt machen in Richtung, ja, erstmal Winterpause auf alle Fälle, weil die Bayern haben das letzte Spiel zu Hause gegen Frankfurt verloren. Und ja, zwei Punkte auf einmal. Also, es waren vor, ja, vor dem Duell mit Bayern München, vor zwei Wochen, waren es, oder zwei Tagen, war es nur, war es immer schon acht Punkte. Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen mit dabei, nach drei Siegen in Folge, mit dem Pokal erreichen, das hat Pokalviertelfinale ist. Und ja, jetzt kommt es Schlag auf Schlag, nämlich Hertha sind die Gegner und danach geht es schon weiter mit dem Duell mit dem FC Freiburg. Also, es geht jetzt hin und her, ähm, die nächsten Spiele, wie gesagt, das ist jetzt noch Berlin und dann Freiburg und dann ist schon Winterpause. Und dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht noch ein Spiel verpflichtet bekommen. Wir werden in die Winterpause reingehen und dann in die Folge, übernächste Folge tatsächlich wird dann wieder bedeuten, hey, man könnte ja wieder ein bisschen was an die Jungs verpflichten. Mal gucken, was dann passiert. Zumindest, uh, Tor. Der war da drin. Ja, komm, scheiß drauf. Weiter, komm, wir gehen rein ins Spiel. Es könnte ein absolutes klasse Spiel werden. Zwei Teams, die alles geben werden. Zwei Teams, die heute gewinnen wollen. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Hertha BSC. Danke. Gutes Fußballwetter haben wir ja hier. Sie sehen's, willkommen zu dieser Partie heute. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Amikofonen sind natürlich auch heute wieder Wolfhuss und der Kollege Frank Buschmann. Genau so ist es. In der Bundesliga, Schalke 04 gegen Hertha BSC. Wichtige Liga-Pathie für beide Seiten. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung haben. Ja, wie gesagt, wir haben ja gewonnen. Ich habe gerade nicht geguckt, wie die Bayern gespielt haben. Es wurde in den letzten Tagen viel über ihn geredet. Denn er muss heute zum ersten Mal gegen sein früheres Team ran. Ganz einfach ist es nicht. Ja, Fjontek. Nein, die Frage ist ja immer, kann er dann auch in so einem Spiel seine gewohnte Leistung bringen? Oh, schönes Ding, Richter, der auch wieder, Hand fängt schon wieder Betrieb zu machen da aus. Marco Richter. Ja, das war ganz, ganz wichtig, der Berliner, dass es dazwischen gegangen sind, also da reingekommen sind. Und dann ist es Kolasin, hat sich das auch so was schon sauber weg, steckt verteidigt da hinten. Und dann ist es schon jetzt das 1.0. Tor Nummer 7. Und wieder ein Konter. Er hat auch wieder vorne im Spiel. Kolasin und Schenker ist den Garten, der Ball raus und Früchter. Der legt den Ball auf Alario. Nee, Pusche. Ich glaube, es ist gerade nicht. Alario. Und dann schützt es. 1.0. Das Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten. Und da trifft er die Kugel super aus der Halbdistan. Mit ganz viel Gefühl. Da ist Efe drin und der Ball dreht sich in den Kasten. So, da ist schon mal der erste Schritt. Gema hat das nächste Spiel 21. Saisontag. Und mittlerweile schon. Also der trifft gerade wie er will. Packt er die 40. Saisontag. Na ja, mal gucken. Wie wird sie? Ist ja noch ein bisschen hin. Ist ja jetzt auch mal die 60. der Spieltag. Gut gemacht. Das war ganz, ganz wichtig, dass der verteidigt hat. Der will ja da. Der nehme ich weg. Wer hat durchgekommen? Das wird dann auch streckig noch mal Geld geben. Erstmal geht wieder Marco Richter. So, da gibt er gelben. Acuna mit der gelben Karte. Der Schiri belässt es allerdings bei Geld. Ja, für mich geht es in Ordnung. Hartes Einsteigen, aber nicht über. Ja. Gretchen Bäcker da weg und dann geht er durch. Und dann... Der hat er doch noch durch. Der kam 3, 2, 9 und das. Für ein sauberer Kopfball. Das wieder Lario. Nö, Kolasinaxi. Ja, mal gucken, wie viel weit es geht, ne? In der Saison. Und zwar mit Bucht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Hier steht es 2 zu 0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Matthäus Cunha. Das war doch nichts. Ich habe mir noch nie erzählt, dass das ein V war. So, nächster. Erstmal Lukas Tussar. Der hat das ein bisschen zu... Ja, ja, wo Gott sagt. Der ist nämlich selber im Schuss gestolpert. Da war ich nicht mehr dran beschäftigt. Also 2 0 erstmal die Ausgaben. Die nächste Ausgabe machen wir. Bäcker. Der ist wirklich gut gemacht da hinten. So, Bäcker läuft durch. Die Frage ist, wie kriegt er das hin? Ah, er hat schon gelb. Gibt das den Platzverweis? Und es kann sein, dass Bertha jetzt nach der Minute 25 mit gelb-rot ein Verwalt weg ist. Und das ist genau richtig. Harkonia tritt der Neudecker weg. Und damit ist es auch 25 Minuten gelb-rot. Ja, aber er hat sich natürlich zurückhaltet. Es ist zu spät. Ja, und ich würde sie für uns Freistoß geben. Keine Freistoß vor diese Diskussion, die jetzt aufkommen. Ja, das ist gelb-rot. Und das ist genau die richtige Entscheidung. Freistoß wird ausgeführt. Und dann ist es das 3 0. Marco Richter. Nach Kurbelanzgeschlanker. Einfach mal ein bisschen im freien Raum gespielt, gelöffelt. Richter schaltet am schnellsten und schützt 3 0. Das letzte Mal, wo wir in Unterzahl waren, tatsächlich war ja gegen Leverkusen. Und da gab es noch 1 zu 3. Und Richter, der war einfach mal kurz alles richtig. Der spielt 2 bis zur 2 Mann stehen. Rein für ihn ins Lagegg. Keine von so einen Keeper. Der Keeper von Hertha habe ich auch verpflichtet. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Also schon mal eine Hausnummer. Auf jeden Fall wieder 3. Ja, schade. Also wie gesagt, 2 gelbe Karten mittlerweile für die Berliner. Zweimal für den selben Mann. Mal trage und gelb-rot und nach gut 31 Minuten, die momentan gespielt sind. Und dann gibt es noch 1 Meter für die Hertha. Und das ist Timo Becker. Der Haki so gut gelobt war. Wo so war er, die ist. Aber keine Karte. Keine Karte. Das gibt es zwar selben, aber... So, trifft der Teatana. Gegen seinen Ex-Club. Kaka Zaba ins Lange ins Obereck. Keine Chance, die Schwule. Der sich für links in China. Kunja. Ja, wie gesagt. 1 zu 3 nur noch. Ah, keine Chance. Schade. Ich glaube, dass wir die Richtung gegangen wären. Wer hat sich giftig gewesen. 1 zu 3, wie gesagt. Der Haki. Und wieder ist es Marco Richter. Der einfach mal durchmarschiert. Richter. Mein Gott. 4, 1. 35. Die Hertha kriegt ihre rechte Seite nicht dicht. Immer wieder kommt einer da außen durch. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Da ist er einfach... Lässt die das Freimann stehen. Einfach mal durchmarschiert vom Start weg. Und dann haut er das Ding hinten ins lange Eck. Und ja, 4, 1. Seilabstand wiederhergestellt. Ganz entspannte Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung. Bereits in der ersten Hälfte, mein Liebermann. Ja, mal gucken, was sind wir dafür noch bringen. Dieser vier Einschiebungen steht zur Pause. Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Neuer Spielstand damit 1 zu 0. 36 Minuten. Oh, die Bayern führen. Dann ist es tatsächlich die Bayern gewesen, wenn es Lutz-Borussia Dortmund und die da ihre Tor vorgelegt haben. Oh, das ist der zweite Elfmeter. Das ist Belacordia, der einfach den kompletten Fehler gemacht hat. Ne, ciao war es übrigens. Und das gibt es den nächsten Elfer. Diesmal Makro-Sconja. Und wieder geht der Reine. Beide Tore den Herthorn haben wir einfach mal, mit dem blöden Fehler geschenkt. Kulia Doppelschlag. Diesmal hat er angeholt. Ich war dem Schönen. Ich habe aber gerechnet, dass er den rüberhauen würde. Tor Nummer 10 von Matri-Sconja. Also, 6 Tore gespielt. Ja, es war ein Fehler von mir und beide Elfmeter. Naja, Marco Richter, wie der aber die rechte Seite geht. Richter. Tor für die Schalker, Lukas, Mario, 70 Tore herhalte. Und es ist wieder die rechte Seite. So, wir sehen da noch mal die misslugende Parade. Radies, Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und da sind sie dann einfach schneller. Dann ist die Chance da, da ist die Lücke. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera. Eingefangen, danke an die Regiererführer. Das ist ein Spiel, ey. Das ist wirklich langweilig. Sie wird sich aus. Es wird nicht langweilig. Tor Nummer 22. Haben Sie gesagt, 5 zu 2. Das ist der Pausenstand. Ich glaube, es war, hatte ich schon mal irgendein Spiel. Der Paderborn war ab. 2 Elfmeter für den Gegner. Also, wie gesagt, mal gucken, was noch passiert. Und jetzt geht der Kunja durch. Macht der hier noch einen Trick? Oh, ist zu ständig. Naja. Der Kumpelkontroller sagt, du nicht. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zu nehmen. Ja, und dann ist Pause. Also, nun, unentschieden, äh, persönlich sind 5 zu 2. Und es steht 5 zu 2. Mal gucken, was noch passiert. Die Gas-Rot, gelb-Rot für die Herthana, die gelbe Karte für Ciao. Der muss mich auch ein bisschen aufpassen. 2 Elfmeter, der Berliner. Und, und, und. Die rechte Seite, die sie nicht, die ich bekomme. Naja, mal gucken, was noch in der 2. Halterzeit passiert. So, kurz mal auf die Zwischenscheine. Die Bayern führen immerhin, so Leverkusen wird gegen jetzt die Freiburg. Apropos Freiburg, das ist nun der nächste Gegner. Und jetzt werde ich den Wechsel hinten ziehen, weil... Es war mir der Ciao mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Bei dem Spiel ist nicht alles möglich. Mache ich das einfach mal kurz so. Ja, damit jetzt, wie gesagt, halb zwei, zwei läuft. Mal gucken, was hier noch passiert. Also. Glück gehabt. Für die Hertha, dass das hier nicht ernst wird noch. Für Bayern München. Ja, das ist aber noch ein bisschen, was passiert. Die Spiel sind hier 49 Minuten. Danke vielmals für dieses... Ja, den ersten kriegen sie zumindest verteidigt. Macht der BVB jetzt ernst, es soll ein Angebot vorliegen. Sie wollen sich verstärken. Wie bei solchen Nachrichten übrig, sollten wir erst einmal schauen, wie viel Wahrheit entsteht. Ja. Ballverlust. Ich glaube nicht durch. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Abseits, Abseits, Schiri kommen abseits. Nee, war keiner. Tor für die Hertha, 3 zu, 5 Uhr noch. Es ist die Nummer 16, also... Mit viel, viel Duse, weil der Abpraller von Schwolo... Möchstens gewinnen, wo die Hertha uns... Ähm... So, der Abpraller von Schwolo tatsächlich mal eben wieder landet und... Naja, mal gucken. Zweite Halbzeit läuft auf jeden Fall mit dem ersten Tor für die Hertha. Fuck you, ey. Ja, ich muss mal ein bisschen nochmal neu starten. Ja, ich wüsste, wie seid ihr noch ein Computer kaufen? Das versorgt sie mir gerade mit der Aktion. Und wir freuen uns auf die... Klasinac. Schalke, dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. Ja, Freiburg ist der nächste Gegner. Jetzt müssen wir uns mal aus Berlin überstehen. Weil das war eigentlich anders. Also hatte ich eigentlich ein bisschen anders gedacht. Ja. Sehrke. Mäckele. Mason Greenwood. Ja. Mateus Cunha. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Er hat den Ball. Wird da was draus? Guter Ball auf Richter. Der wieder dahin sind. Getriebe viel viel platzter. Wegen Nier kommt erstmal nicht hinterher. Guter Zweikampf. Jetzt, der... Die kriegt für den Weg und die gibt Abstoß, oder? Sie sind nah wie vorhin Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Also nach dem 2 zu 5 zur Pause. Der verhärter. Was der Hertha sich da... Ja, das wird hier noch ein lockeres Ding. Ah. Legt mich doch am Arsch mit deinem Scheiß Neustart immer wieder. Matthäus Cunha. Da haben wir also den kommenden Gegner von Hertha BSC. Es geht gegen den VfL Wolfsburg im nächsten Bundesligaspiel. Und das klickt zumindest auf den Klopfer durch aus Wachland. Jetzt haben wir mal ein bisschen. Ich kriege aber jetzt gerade auch den zweiten haben sie nicht wirklich den Zugriff mehr, den ich in der Hertha zu tun bekommen habe. Jetzt mal der Oso und vielleicht. Und wenn der Keeper da nicht hält, ich jetzt hier 6 zu 3. Und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Tor. In der Volkswagen Arena ist noch passiert. Der Tor ist gefallen. Alle Infos gibt es jetzt im Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Wolfsburg. Der neue Spielstand lautet damit 2 zu 1. Ich kriege aber jetzt nicht keinen Zugriff. Die kommen immer wieder. Ja, das ist das Problem. In der zweiten ist nicht mehr wirklich viel passiert. Der kommt der Gegner, der Schalker heißt SC Freiporl. Wenn sie da genauso weitermachen, wie sie sich heute präsentiert haben, dann müssen sie keine Angst haben. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. Zwei Minuten noch. Ja, heul. Vielleicht jetzt auch noch irgendwie das letzte Tor auf die Schalker Seite. FIFA sagt, du möchtest heute kein Tor mehr. Und dann ist Feierabend. Nach dem 7-Tor in der ersten Halbzeit vielem oder 2-Tor sind nur das 1-Tor für die hat auch noch. Ich habe nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Nicht wirklich, also immer wieder weg, 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 weg. Die ganze Zeit da so. Und wirklich kommt noch Power da vorne durchzukommen. Ja gut, ist alles passiert. Aber Leverkusen auch noch nicht. Okay. Naja. Ergabe mich gerade so ein bisschen. Das war der Zweite, der hat dann nicht mehr viel auf die Reihe bekommen. Naja. Wie gesagt, nächstes Spiel heißt dann SC Freiburg. Und dann geht es zumindest Richtung Herbstwirtschaft. Dortmund, Bayern oder wir. Mal gucken. Wir sind jetzt wieder. Wir sind jetzt wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.